Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video von Heyday. Es gibt heute zwei neue Produkte, ein neues Tier und neue Dekoration, denn heute kommt ein Mini-Update von Heyday. Ob ihr es glaubt oder nicht, aber heute kommt ein Update. Ist zwar nur klein, aber trotzdem. Zwei neue Produkte, Dekoration, Tier und ich zeige heute alles. So, wir fangen an mit einem neuen Waffelprodukt, nämlich die Schokoladenwaffeln. Die sind hier zu sehen. Da braucht man zwei Kakaobohnen, eine einfache Waffel, drei Erdbeeren, eine Banane für. Dauert 40 Minuten und sieht auch ganz cool aus. Preise zeige ich euch gleich. Erstmal hier, die Schokoladenwaffeln sind echt cool. Also das ist ein großes Lieblingsprodukt von vielen. Kosten aber schon mal vorweg 637 Münzen. Zeige ich aber gleich auch nochmal in dem Shop. Dann nächstes neues Produkt in der Salattheke. Da haben wir nämlich den Orangensalat. Zwei Erdbeeren, ja moin. Zwei Orangen, ein Granatapfel, drei Kopfsalat, ein Käse. Dauert eine Stunde 20. Und hier in der Salattheke zu produzieren. Beide Produkte ab Level 117. Ja, so sehen sie aus. Dann zeige ich euch die nochmal eben hier kurz im Laden. Da haben wir hier Orangensalat 10x5652 und die Waffeln 6372 und eins sind halt 637 und eins sind 565. Ganz cool, aber ja, so richtig teuer. Also man kann es ja mit den Waffeln ganz gut Geld verdienen. Mit dem Orangensalat glaube ich eher nicht. Dann ein neues Tier. Da haben wir den Brillenpelikan. Der heißt in Englisch Australischer Pelikan. Ich weiß nicht genau, warum der Brillenpelikan heißt, aber ja. Hier Brillenpelikan, neun Kükengutscheine, sechs goldene, so sieht er aus, wenn man eine Föder hat, rennt er da hin. Ziemlich lustig eigentlich. Der Brillen. Warum heißt er Brillenpelikan, ey? Keine Ahnung. Sehr komischer Name, aber ja, das ist der Brillenpelikan, der heute neu ist. Ab Level 20, wie jeder andere Vogel auch. Ziemlich, ziemlich cool. Dann haben wir neue Glücksraddekoration. Drei Stück nämlich. Einmal hier so ein Weg. Der Blumenpfad. Ganz cool, so sieht es einzeln aus. Ja, jetzt nicht so besonders, aber vielleicht mit dem neuen Blumenzaun ganz gut kombinieren. Weil das ist der hier nämlich. So sieht er einzeln aus. Und das ist er insgesamt. Gibt es leider nur beim Glücksrad. Anders nicht zu bekommen. Das heißt, ja, sehr unspektakulär, aber das ist die neue Glücksraddekoration. Und zu guter Letzt noch diese Dekoration. Die finde ich echt cool. Die kann man richtig gut bei der Mine kombinieren. Also das feiere ich schon sehr. Diese Railroadzaun heißt der. Ja, Railroadzaun. Genau, das sind die Dekorationen, die neuen Produkte von einem Update. Das sind schon alle Infos zum Update. Mehr nicht, aber ist halt auch nur ein Mini-Update. Ich denke mal, hey, der hat irgendwelche Probleme gehabt. Deswegen kommt auch das Update. Danke fürs Zusehen. Lasst ein Abo dann. Daumen nach oben. Denk in deinen Creator-Code. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschaui.